Die Wall Street im Duell, so muss man sagen, zwischen den Bullen und den Bären. Die Bullen haben so ein bisschen Angst, der Rallye jetzt hinterherzulaufen, obwohl das Umfeld auf der Ertragsseite und Wachstumsseite ja schon wieder recht positiv aussieht. Aber auf diesem Niveau hinterherrennen bei der Bewertung, da bekommt der eine oder andere dann doch kalte Füße, zumal die Inflation dann nun doch etwas hartnäckiger ist, als die Bullen dachten. Die Bullen haben also ein bisschen Sand im Getrieb, aber die Bären letztendlich auch. Die sitzen da und sagen, naja, Inflation pausiert, die Desinflation pausiert, wird die Notenbank noch mehr machen müssen, ist das Zinsniveau zu hoch für die Aktienseite, aber so richtig shorten wollen wir eigentlich auch nicht, weil der Markt so widerstandsfähig ist. Also was tun? Beide Lager sind quasi so ein bisschen im Niemandsland und das reflektiert letztendlich gesehen auch die Wall Street. Die Einzelhandelsumsätze im Januar haben merklich an Dynamik gewonnen. 3% Wachstum erwartet wurden, 1,9%. Und wenn man den Autosektor mal rausrechnet, das gleiche Bild. 0,9% erwartet, 2,3% sind es geworden. Der Konsument also bleibt mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Und die Industrie im Bundesstaat New York kühlt wesentlich langsamer ab, als man dachte. Auch der Indikator hier für den Februar war besser als erwartet. Tja, und damit einhergehend die Verbraucherpreise gestern Abend, die in der Tat ein bisschen höher ausfielen als erwartet. Wir haben morgen früh am Donnerstag die Erzeugerpreise in den USA und vor allem haben wir eine ziemlich kalte Dusche bei Anleihen gesehen in den letzten Wochen schon. Der Anleihemarkt reflektiert jetzt erstmals das, was Jerome Powell wochenlang betont hat. Keine Zinssenkung in diesem Jahr. Wir haben einen Zinsgipfel erwartet von 5,25%. Also noch zwei Zinsanhebungen und ganz wichtig, das Zinsniveau zum Jahresende 5,05%. Und damit reflektiert jetzt der Anleihemarkt das, was er lange ignoriert hat. Lange haben Anleihen die Worte von Jerome Powell ignoriert. Aber jetzt ist im Prinzip nur das eingepreist, was die Dotplots, also die Zinspolitik sowieso schon signalisiert hatten. Jetzt sind die beide auf der gleichen Wellenlinie. Marco Kolanovic von JP Morgan, der Quantstratege, betont, dass eigentlich, wenn man sich die Renditen der zweijährigen Anleihen anschaut, müsste der Nasdaq 5% niedriger notieren. Wie dem auch sei, sind die Ergebnisse aus dem Sektor ja ganz gut. Und das hilft dem Markt. Wir haben Airbnb auf der Gewinnerseite. Das Ergebnis hier, das EBITDA-Ergebnis, der Ertrag pro Aktie. Beides merklich über den Erwartungen. 506 Millionen EBITDA-Gewinn, also vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Erwartet wurden 435 Millionen. Und das Management äußert sich positiv zu dem jetzt laufenden Quartal. Die Nachfrage im ersten Quartal dürfte robust bleiben. Das Verbrauchervertrauen, was Reisen betrifft, ist und bleibt hoch. Airbnb also profitiert. Roblox, der Star des Tages. Der Verlust hier geringer als erwartet im abgelaufenen Quartal. Der Umsatz verfehlt eigentlich die Erwartung. Und was bei Roblox entscheidend ist, ist die Buchungslage. Und die Buchungslage im Dezember und Januar ist solide. Das Management betont, wir sehen Wachstumsraten im Vorjahresvergleich in beiden Monaten von über 20%. Dementsprechend werden die Prognosen für den Januar auch angehoben. Die Aktie knapp 20% im Plus über Nacht. Also Palantir Dienstag. Roblox jetzt zur Wochenmitte. Und ganz kurz noch zu Analog Devices. Der Ertrag höher als erwartet. Der Umsatz auch. Die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal ebenfalls. Bullish, TripAdvisor hatte ich schon angesprochen. Auch hier bessere Zahlen als erwartet. Der Gewinn höher als erwartet. TripAdvisor, Airbnb, der ganze Reisekomplex also immer noch ausgesprochen robust. So, ansonsten Kraft Heinz. Nicht gerade sexy die Branche aktuell an der Wall Street. Eher gemieden. Wir sehen das gleiche Bild wie bei Coca-Cola. Organisches Umsatzwachstum sehr beeindruckend. 10,4%. Aber, aber, aber Kraft Heinz genauso wie Coca-Cola profitieren einzig und allein von Preisanhebungen. Und zwar von fetten Preisanhebungen. Kraft Heinz hat die Preise um über 15% angehoben. Mehr als man erwartet hatte. Dafür sind die Verkaufsvolumen um fast 5% gesunken. Ein Zeichen, dass Konsumenten Umsatz auf preiswertere Waren. Und natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Was ist, wenn die Preise nicht mehr angehoben werden können, um die Rückgänge bei den Volumen aufzufangen? Also nicht so ohne. Kraft Heinz also auch eine sehr verhaltene Kursreaktion. Ansonsten Barrick Gold. Da lag der Ertrag über den Erwartungen. Es gibt ein 1 Milliarde Dollar Aktienrückkaufprogramm. Aber zwei Haken. Zum einen Gold in dem aktuellen Marktumfeld schwierig. Auch in dem Inflationsumfeld. Und zweitens die Produktionszahlen bei Kupfer und Gold lagen in beiden Segmenten unter den Erwartungen. Also ein sehr spannendes Bild. Last but not least noch ein Blick auf das Thema heute Abend. Cisco Systems meldet Ergebnisse. Roku, Quantum, Scape, Shopify. Es bleibt also im Tech-Sektor spannend. So und ein paar Analystenkommentare. Bei Airbnb steigen heute auf breiter Front die Kursziele. Bank of America 145 Dollar. K&O Company auch 145 Dollar. 135 Dollar bei RBC. Und die Credit Suisse 160 Dollar. Wells Fargo sieht die Aktie sogar bei 165 Dollar. Es bleibt spannend. Ich bin gespannt, wie lange diese Verdauungsphase an der Wall Street anhalten wird. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.